Was geht YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute GTA Online für den PC zusammen mit dem MacManus, den Sachsen-Lettsplayer und den Jungs vom BCR. Leute, 33.000 sind auf mich gesetzt worden, 33.000. Die Leute wissen einfach mehr. Wieso starte ich echt immer als Erster? Was ist denn hier los? Weil du immer letzter bist. Das Spiel denkt sich ja, stellen vorne dran hat er vielleicht eine Chance. Hallo. Ah, Patrick, verstehe. Okay. Oh, lol. Randy, das sind ja ganz andere Seiten in dir, die ich hier kennenlerne. Uiuiuiui, da vorne fliegt einer wild durch die Lüfte. Und Füsi fährt einfach... Füsi schlängelt sich einfach... Oh, lol. Wie Niklas einfach mal Füsi... Lol, lol, hallo, lol. Niklas und Füsi ist halt keine Freunde, kann das sein? Sobald bei GTA das Go beginnt, ist die Freundschaft bei allen beendet. Das kann man so nicht sagen. Wir hatten schon davor keine. Jetzt muss ich mich entscheiden, wer Füsi ist. Ich weiß es nicht, ihr habt das selbe Auto. Lol, 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 lol. Der Wolf wurde schon mal weggerannt. Das ist Niklas. Den lassen wir mal in Ruhe, der will mich auch zu Füsi. Und Füsi... Ah, Füsi ist erster, genieß es kurz. Oh, ich hasse das mit der Kamera, ey. Das ist einfach die Folgenversorgung. Nein! Ohhhh... Ciao! Na, 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 na. Kleiner Bastard. Ich muss mich kurz an den Niklas dranhängen hier. Also das Problem ist, die Kurven sind so eng, mein Auto schlägt gar nicht so weit ein. Die Räder vorne. Oh, 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 Vorsicht! Hoppala! Oh, da kam noch einer. Patrick, sehr interessant. Kendi? Hast du irgendwie gesoffen? Nein, ich will eigentlich schon noch die auf Grenzen, aber, naja. Wow. Das Ding hat wiederum eine Traktionskontrolle von Null. Niklas! Niklas! Ja, Niklas ist ein bisschen crazy manchmal. Da schlägt es mal 13 kurz. Was denn? Oh, Hitcher, schöner Sprung! Sah nicht schlecht aus, fand ich. Ja, ja. Mal bitte mal. Komm, komm, komm! Oh, Mann, danke für das Ding! Oh, es war wieder so perfekt gefahren. Unglaublich von mir. Ey! Holla, wer ist er denn? Ey, was? Ey, Wolf, bist du mal... Ey, ohne Scheiß, Alter, bist du wieder dein Zwinger? Ey, was geht mit dir ab, ey? Junge! Komm da, hier, ey, total komplette Basti, ey! Ja, Fick dich, genau, fahr mal schön in den Baum rein. So, René? Da kommt gleich einer entgegen, Leute. Was? Hä? Entgegen? Lager nicht. Lager nicht. Kommt's auch von Maps aus. Kommt gleich zwei von hinten, um ja, die Schad wegbumsen, ja. Das wird gleich passieren. So, da ist er doch. Der Kleine. Oh, was macht er denn da, Manus? Der Wolf, pass auf, der Wolf, da ran, wie Sau, ey! Na gut, dann doch nur mich. Ne, klar, das brauche ich auch keinen Scheiß. Oh, René ist, glaube ich, ausgenockt worden. Ne, passt schon. Das passt schon. Wo ist die Karren der Röhre, ist die Wahnsinn, ne? So, Freezy Wolf Manus. Wer passt da jetzt nicht hin? Jedes Mal dreh ich mich. Das ist, wer hindert, ist das. Oh, René, Kuchen. Kuh, ach Kuh. Nicht Kuchen. So, jetzt wird's interessant hier an der Röhre. Wow. Die Röhre ist ein bisschen crazy hier, finde ich. Das Problem ist, ich bin noch schneller wie du, man sieht das mal ab. Alter. Gut, der Wolf ist erst mal weg. Der Wolf ist erst mal weg. Der Wolf ist weg? Ja. Oh, das ist gut. Der hat's gerade mal zerlegt. Das ist sehr gut. Oh, oh. Holla, 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 holla. Alter. Ich bin links, ich bin links, ich bin links. Oh, oh, oh. Was? Easy, easy. Wer war das denn noch? Lol, 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 lol. Was ist denn mit dem nicht richtig? Was? Der hat dich voll in die Wand geflossen, oder? Ey, so ein Facket, ey. Wer denn? Röhrenkühl. Ey, aber das war ja mehr wie Absicht. Das war ja übel krass. Das war ja richtig, richtig krass. Wow. Wow. Das war hart, ey. Das muss ich echt sagen. Also das war echt krass. Das war auch nice. Danke. Hätte ich jetzt selber nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ach komm schon. Hätte gedacht, jetzt knallt's, aber... Da war noch ein kleines Lüftstilz. Ist das dein Ernst? Ja. Das du Absicht hast. Oh, ja, na klar. Ey, komm. Stimmt der Österreicher da wieder auf der Straße, ey? Ja, wegen der Manus. Ja. Boah, ey. Hat bestimmt sein Buch geschrieben. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich zurücksetzen und umlenken, dann habe ich gesehen, dass meine Räder vorne komplett schief standen und da habe ich gedacht, okay, bringt nix. Ja, super. Das sah aber saulustig aus. Nix. Ja, dann fahren wir hier ganz gechillt das Rennen zu Ende und werden dann mal richtig die Sau rauslassen im Chat. Oh, komm. Das hier immer... Free State, das war knapp. Warum? Da kam von rechts gesprungen. Ja. 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 Was hast du gemacht? Ja, was soll ich gemacht haben? Ficken! Ich bin nur weggerannt. Free State, wir fahren jetzt schon seit zwei Runden, die Mauer stand da schon die ganze Zeit. Ja. Wer ist denn das bei dir, Patt? Äh. Lol. Das ist ein... Nein. Die Pist sollte ich treffen, ey. Wenn ich da rumfahre, du ziehst da direkt unter das Zerbe-Schulchen. Ja, ich fahre ganz normal geradeaus. Du hast doch gerammt. Nix. Oh, da ist noch einer raus. Ich bin wieder Sechster. Was ist da los? Ja, Sechster, das war's. Mehr ist nicht. Shit. Ah, Mann, ey. Jetzt hab ich meinen dritten Platz so spät. Schaut ums Geld, ne? Fuck, ey. Ja, aber ey, das, was der Röhrenkuchen da gemacht hat, war krass. Der hat ja mein komplettes Auto zerstört. Oh, jetzt räum ich nicht rum? Also bist du da explodiert? Na nee, aber der war ja alles krumm. Ach so. Weil der vorne war ja alles weg. Ja, wenn du gegen so einen Betonpfosten da fährst, oder? Naja, ich sag mal so. Ich hab ja gebremst vor der Kurve. Du bist reingedrückt minimal. Tabletten? Ne. Ach so, ne, hab ich doch nicht. Der Röhrenkuchen hat auf dich gesetzt, das glaub ich nicht. Oh, okay. Ich hab auf dich gesetzt. Warum, fragt er noch. Alles drin, ich kann den Manus kriegen. Gleichstand. Ich schrau dich jetzt so hart weg, Gers. Das Problem ist bloß, ja, Bobs versau jetzt später und rupt euch später nach unten. Na. Ah, da war der auch. Der war ja immer für ein scheiß Rad hier halt. Du war halt? Ja. Du warst? Ja. Wie war das? Ja. Ich war so schön. so halt hier spaß genau geht es nicht weiter oder was ist also jetzt na gut die mutterfuckers aber noch sich selber werden das jetzt schon die ganze zeit noch Ich muss die nehmen. Oh, schon wieder 32.100 auf mich, ey. Alter, was geht ab? Ja, dann pass aus, diesmal nicht. Ne, diesmal nicht. 35.1. Wolf, ja, der verschreibt dir das mal. Oh, wie alle auf dem Rücken, ne? So, elf Mann sind wir. Sehr gut. Oh, ich hab' den Start verkackt. Okay, da seh' ich das Spektakul mal von hinten, auch nicht schlecht. Oh, Checkpoint, wenn's geht noch kregen. Oh, da war'n, oh, oh. Alter Vater, ey, hier ist grad'n, oh, Niklas. Okay, das hab' ich schon gesagt. Das sah gut aus, ne? Aber, das hat bestimmt noch keiner hingekriegt. Na klar, aber... Also, das war'n richtig geil. Holy shit. Alter, bei der Kurve einfach alle eskalieren, ne? Ist die Strecke anders? Was? Ne, 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 wie immer. Oh, Hitcher, du fette Sau. Ich hab' nur'n Schild umgefahren. Ich weiß nicht, ob du Hitcher jetzt noch kennst von der Gamescom. Ich glaub' ich jetzt weniger, das hast du mit dir verwechselt. Shit, hab' den Checkpoint vergessen, fuck. Boah, das tut uns ja so leid. Du weißt, du weißt schon, dass du grad die, dass ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen hast, Randy, wa? Mhm. Was hat er denn gemacht? Ja, dicke untereinander machen sich nicht gegenseitig mit runter. Dann hätte ja Anne auch mal mit einsteigen müssen. Loll. Hätte mit einsteigen müssen? Anne. Darfst du das sagen? Ja. Ja, der Wallis, das ist ja los. Ostbonus, weißt du? Ja. Das ist der scheißegal-Bonus. Na klar darf ich das sagen! Naja, Windschatten, Windschatten, Windschatten. Danke. Oh, ist das noch eine Strecke? Ja. Jupp. Ey. Na, ne. Oh, ficken. Boah, seid euch mal fertig mit eurem Tanker-Battle-Jahn. Ey, na, was weiß ich, was der Wurmkurier schon wieder für ein Problem hat, ey. Oh, der ist weg? Der ist weg, oder? Der ist weg, oder? Den hat's grad klar gesteuert, oder? Ja, sauber. Nein, das kannst du! Nein! Das kann doch nicht sein. Ey, was steht denn hier alle rum hier nicht, Könner, ey! Mein Gott, ey! Da spielst du schon wieder an der 60-jährigen Rum hier an der Ecke, ey! Ohne Mist, ey! Ohne Mist, ey! Loll! Tschüss, Bad! Loll! Oh, lol! Ernsthaft! Ey, Röhrenkuchen, du bist ein Spasti, du bist echt der letzte Spasti! Ja, und Niklas, du auch! Ey, ich hab den Ziel-Checkpoint nicht gekriegt, dein Ernst? Wie kann man denn da dran vorbei? Das hat schon noch nie gehabt! Du musst jetzt rückspinnen, ey! Ey, ich bin vor Röhrenkuchen, wetten? Ey, so ein Behindie, ey! Hab ich vorm Ziel wieder mit Absicht rausgehauen! Okay, alles klar, ich schreib jetzt nix, den fick ich einfach kaputt in den nächsten Rennen. Den mach ich einfach den, ey! Ey, Niklas, du bist ein Opfer! Oh, lol! Oh, Gott! Wieso hat er ein Bild von seinem Ziel? Also, das ist wirklich ein Opfer! Leute! Ey, Röhrenkuchen hinter mir! So, ey! So ein Fake! Der Niklas ist einer aus der McManus-Crew! Da kann ich alles drauf verwetten! Vorm Ziel schubst der mich weg! Das ist einfach Manus-like! Der ist bei der NVA! Ah! Lol! Na eben! Ja, das hat nix mit McManus! Wir haben nicht mal eine eigene Crew! Hallo! Nein, nein, nein! Achso, ja! Gut, meine lieben Leute! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da! Ich hoffe, den anderen vorbei! Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal! Haut rein! Ciao! Ciao! Ciao!